Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Trade Republic Aktien kaufen kannst. Dazu starten wir zuerst die Trade Republic App und dann sehen wir ganz unten links die Option Suche. Da klicken wir jetzt nächstes drauf und dann suchst du nach der Aktie, in die du rein investieren möchtest. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Apple und klicke dann hier drauf. Um diese Aktie jetzt zu kaufen, klicken wir ganz unten rechts auf Kaufen und hier können wir dann die Anzahl der Anteile eingeben, die wir kaufen wollen. Wenn du jetzt schnell diese Aktie kaufen möchtest, wählst du die Anteile aus, zum Beispiel ein, klickst auf Weiter und dann wird es direkt ausgeführt. Wichtig ist, dass du in der Börsenzeit bist. Die ist von 7.30 Uhr bis 23 Uhr und das täglich und das jeden Montag bis Freitag, es sei denn, es ist ein Feiertag. Es gibt aber noch eine andere Option, wie du die Aktien kaufen kannst, wo du ein bisschen Geld sparen könntest. Wenn wir jetzt hier auf Anteile klicken, können wir die Option Limit wählen. Das tun wir und dann geben wir hier den Betrag ein, wie teuer die Aktie sein soll, dass du die kaufen möchtest. In sehr wenigen Ausnahmefällen kann es sein, dass dann die Aktie plötzlich stärker wächst und du dann mehr zahlst. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Betrag eingebe, der hier angezeigt wird, kaufe ich nur die Aktie, wenn dieser Betrag erreicht wird oder es niedriger ist. Dann klicke ich auf Weiter und wähle dann die 1 aus. Ich möchte nur einen Anteil kaufen, klicke dann wieder auf Weiter und dann legen wir fest, wie lange soll das gültig sein. Ich mache jetzt mal nur einen Tag, dann wird hier alles nochmal dargestellt. Wichtig ist, du hast 1 Euro Gebühr und wir drücken auf Erstellen. Wir sehen, dass die Buy Order erstellt wurde und auch, dass dann die Order direkt ausgeführt wurde, da mein Limitpreis erreicht wurde. Im Portfolio können wir das dann hier sehen. Und so leicht kannst du in Trade Republic Aktien kaufen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.